Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial zu Simotrans. Wir befassen uns heute mit dem einfachen Signal, das findet ihr in dem Eisenbahnbaukasten. Im Pack 128 heißt dieses Signal auch einfaches Signal, das variiert aber je nachdem welches Pack ihr spielt. Die Grundfunktion ist aber trotz des Namens immer dieselbe. Es zeigt nämlich die Richtung an, in der die Züge fahren können bzw. teilt die Gleise auch im Blockbereich auf. Das ganze zeige ich euch jetzt schon mal. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Bahnhöfe, Depot, Gleis ist alles vorhanden. Das sind die Grundlagen, die sollte eigentlich jeder kennen. Bei Simotrans 112 ist jetzt wichtig, dass das Bahndepofenster ein wenig anders aussieht als in der 111er. Die Grundfunktionen sind immer noch dieselben. Dort oben könnt ihr die Linie eingeben. Linie zuweisen braucht ihr hier nicht mehr. Das war im alten Depofenster noch so. Einfach starten und unser Zug rast los. Auf B könnt ihr jetzt den Reservierungsbereich des Zuges sehen. Der rote Bereich ist immer der Bereich, den der Zug abfahren wird, den er für sich reserviert hat, auf dem kein anderer Zug sich bewegen wird. Zum Gleisbau. Ganz einfach. Einmal klicken. Ihr baut zwei Signale. Eins für jede Fahrtrichtung. Heißt, dass wenn von oben ein Zug kommt, dann wird dieses Gleis passieren. Von unten genauso. Im Signalbau bei Simotrans ist ganz einfach gesagt immer das rechte Signal, das wegweisende Signal. Heißt, wenn ich jetzt nochmal klicke, habe ich jetzt hier unten das Signal. Heißt, wenn die Züge jetzt von dort kommen, werden sie ins Depot reinfahren, aber es wird kein Zug mehr aus dem Depot herausfahren. Nochmal klicken, das Signal wird sich nach oben versetzen. Rechte Fahrseite. Jetzt ist es umgekehrt. Die Züge aus dem Depot werden rausfahren, aber es wird kein Zug mehr reinfahren. Wollen wir hier erstmal nicht. Wir wollen jetzt die Blocksignale betrachten. Ihr seht jetzt hier auf B, dass dieser Zug immer die komplette Strecke von seinem Bahnhof bis zum nächsten Bahnhof abfahren wird. Und das Ganze können wir jetzt im Blockbereich einteilen, indem wir die Signale bauen. Ein Signal, zwei Signale. Einfach um es zu verdeutlichen. Der Zug wird jetzt unten gewendet werden und wird sich dann in den Bereich bis zum ersten Signal für sich reservieren. Sobald er das erste Signal passiert hat, wird er den zweiten Bereich für sich markieren. Sobald er dieses Signal für sich erreicht hat oder passiert hat, wird er die Strecke bis zum nächsten Bahnhof für sich reservieren. Diese reißen wir erstmal ab und lassen einen zweiten Zug auf derselben Linie fahren. Der Zug, der wird jetzt aus dem Depot rauskommen wollen, kann er aber nicht, denn er wartet immer auf eine freie Strecke. Das liegt daran, dass der erste Zug einfach die kompletten Gleise für sich immer reserviert und der zweite Zug somit keine Chance hat, überhaupt aus dem Depot heraus zu kommen. Das Ganze umgehen wir, indem wir jetzt hier ein Ausweichgleis hinbauen. Wir haben hier oben ein Signal und hier unten, je nach Fahrtrichtung. Wir wollen, dass die Züge im Rechtsverkehr hier fahren, wie es in Deutschland üblich ist. Das heißt, dass dieser Zug, der wird jetzt nicht hier in die alte Strecke weiterfahren, sondern der wird hier oben über das Ausweichgleis fahren und wird zum nächsten Bahnhof gehen. Sobald dieser Zug das Signal erreicht hat, ist der ganze Bereich hinter ihm wieder freigegeben. Das heißt, dass dieser Zug jetzt die Chance hat, sich den Bereich zu reservieren bis zu diesem ersten Signal und der Zug, der von oben kommen wird, der wird sich jetzt die untere Strecke bis zu diesem Signal reservieren. Das ist die Grundfunktion der Signale. Das heißt, ihr könnt mit diesen Signalen Blockbereiche machen und ihr könnt auf jedem Gleis immer so viele Züge einsetzen, wie ihr auch Blockbereiche habt. Das war es erstmal von meinem ersten Tutorial. Bei Fragen könnt ihr gerne Comics schreiben, die werde ich dann gerne auch beantworten. Wenn euch das Tutorial nicht ausführlich genug sein sollte, dann werde ich die Ausführlichkeit mit meinem Let's Play noch mal ein wenig erweitern. Ganz einfach, dieses Tutorial hier habe ich gemacht, weil ich ein Let's Play starte und da ja nicht alle Simotrans-Spieler oder gerade die Anfänger von Anfang an die Signale verstehen, habe ich jetzt erstmal das einfache Signal verwendet, um hier ein Tutorial zu erstellen, damit ihr schon mal in der Grundfunktion überhaupt wisst, was ich im Let's Play mache. Nach und nach, je nachdem wie ihr eure Fragen stellt und was für Comics ihr gebt, werde ich dann nach und nach auch noch zu meinem Let's Play ergänzendes Tutorial erstellen, in dem ich dann eure Fragen beantworten kann oder werde. Liegt einfach daran, ich selber, ich bin auch noch nicht so lange bei Simotrans dabei, werde aber das Ganze hier ein bisschen weiter verfolgen. Das soll ein interaktives Let's Play werden, in dem ihr alle gerne eure Vorschläge mit einfließen lassen könnt, die ich auch vorhabe zu berücksichtigen. Ich möchte so wenig mein Gehirn dabei ausstellen, so dass ihr sozusagen eine virtuelle YouTube Simotrans-Welt für euch erstellen könnt oder eine Gemichte. Jeder kann seine Vorschläge abgeben. Ich werde diese dann versuchen, möglichst umzusetzen, sofern es sinnvolle Vorschläge sind. Ich werde mein erstes Let's Play veröffentlichen, dort werde ich euch die Map einmal vorstellen und werde eine erste Linie machen, die für den Profit zuständig ist, damit ich von Anfang an eine Linie habe, die zumindest Plus macht, damit wir nicht gleich nach zwei Spielen das Let's Play aus Bankrott beenden müssen. Und dann kann es auch schon losgehen. In dem ersten Let's Play werde ich nämlich auch die Karte vorstellen, so dass ihr schon mal einen Überblick über die Karte habt und dann werden wir nach und nach die Karte zu Ende spielen. So, das war's dann von meinem Tutorial. Signale sollten jetzt, oder die einfachen Signale sollten jetzt eben klar sein. Alles weitere habe ich euch schon gesagt und dann sage ich mal reingehauen bis zum nächsten Mal. No? –, problema ich überhaupt nicht? Ja dann wird jetzt nochmal eindecken und bis zum nächsten Mal Memory zu sein –, ner. Bei mir nur etwas Café. –, aber auch hier. –, ach, nein.